hey leute und was geht ich bin es eure sen ich heiße ich herzlich willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal im heutigen video werden wir einfach mal wieder eine runde mario kart spielen und soll nicht mario kart 8 denn dieses spiel ist keine ahnung ich habe es irgendwie zerstört i don't know wenn ihr wisst wie ich es auf jeden fall reparieren könnte dann schreibt es gerne mal in den kommentaren auf jeden fall spielen wir deswegen mario kart 7 und leute was ich auch fragen wollte ist wenn ich zum beispiel noch mal mit einer talking app rede mit welcher solch reden weil wir haben ja schon mit talking angela talking ginger geredet und vielleicht gibt es noch mal irgendeine app wo ihr sagt hey ob ihr die antwort zeig uns ob sie gefährlich ist oder vielleicht ist es auch nicht gefährlich man weiß es nicht ich bin acht ich mache ein bisschen hintergrundmusik an weil ich bin so schlecht in mario kart noch mal gut Danke an den, der was gerade einen Blitz geschossen hat an uns. Okay, 5, der geht schon mal fit. Wow. Okay. Oh nein, 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 nein. Kann ich an euch vorbei? Ich habe bis heute noch keinen Plan. Was mir diese Eicheldinge ausbringt. Wow. Okay. 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 Wow. Wow. So, Mario war genau hinter mir auf jeden Fall, aber wir haben gewonnen. Wir haben ihn zerstört, Leute. Übrigens, ja, ich bin mit einem Fake-Namen drin. Okay, Lava-Time. Eigentlich bin ich in Mario Kart richtig, richtig einer der schlechtesten, was es gibt, aber... Ja, ja, kein Problem. Bin ich letzte? Ne, ich bin vor vorletzte. Schon einen überholt. Oder eine, ich weiß gar nicht. Leute. Macht nichts. Ich bin ein Stern. Übrigens, Leute, dass ich entweder... Wahrscheinlich rede ich entweder für viele zu viel. Für manche vielleicht zu wenig. Aber wenn ich mache Kartspiele, ist es einfach... Oh, danke für nichts. Töchiges Glück gehabt, dass ich nichts ertreten wurde. Leute. Was war dann gekommen? Leute, wie unfair war das jetzt bitte? Immerhin dritter Platz ist da. Wir sind trotzdem auf dem ersten Platz, Leute. Da. Und ne, das ist sicher diese eine Map, was ich nicht kann. Ich habe mal. Ich habe mal, was ich nicht kann. Ich habe mal, was ich nicht kann. Ich habe mal, was ich nicht erwähnt. Das ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, ich hab den sieben, ne? Oh mein Gott, ich hab den sieben, ne? Oh mein Gott, ich hab den sieben, ne? Der Gegner, aha Der muss mich von meinem ersten Platz abbringen Ich hab gewonnen Oh, endlich muss mein Nintendo unbedingt aufladen In der Kamera sieht es zwar orange aus Aber es ist rot, Leute Ich muss meine Kamera Ich muss mein Nintendo unbedingt aufladen Unbedingt Jetzt gucken wir mal Ich hoffe, dass wir das letzte Rennen Ich muss überhaupt mein Ladekabel suchen Ne, wir haben noch eins, oder? Ja, unser letztes Rennen ist bei King Boo-Hoo Mal gucken Naja, ich hol euch dann schon einen Ich hab den sieben Ich hab den sieben Ich bin noch nicht letzte, Leute ohne spaß ist es ist so anstrengend wenn jemand immer so blitzt wo man gerade dürfte das ist so vierte platz ist da joshy willst du nicht warum hat mein drifting zu stört danke luigi für lily nichts wer von euch feiten mario kart leute und gewonnen ja ich habe 36 punkte wir haben auf jeden fall den goldenen panzer bekommen ja leute und damit beende ich das heutige video ich wünsche euch einen wunderschönen abend nachmittag was auch immer auf jeden fall lasst es euch gut gehen ich wünsche euch morgen einen wunderschönen tag leute habt ihr irgendwas was ihr morgen gerne sehen wollt wollt ihr ein horror video morgen sehen soll ich mit doggen ehrenschlamm drei Uhr nachts reden soll ich irgendwas ausprobieren für euch lasst es mich gerne in den kommentaren wissen dann mache ich das auf jeden fall und ja ich würde sagen wir sehen uns in meinem morgigen video bis dann freunde ciao